Hm, du hast bestimmt Hunger. Schauen wir mal, ob wir für dich einen feinen Brei finden. Oh, etwas Feines zu probieren. Hm, das ist super. Also gut, jetzt aber Brei. Brei, 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 Brei. Ah, schau, freche Freunde. Und Chips für mich? Willkommen im Schlaraffelland. Apfel mit Banane und Hirsch. Apfelbirne mit Dinkelgris. Das ist es. Jetzt brauchen wir nur noch einen Fruchtsaft fürs Mami. Und ein Hoppesaft für den Papi. Dann fangen wir noch ein Pio zu finden. Auf Wiedersehen. Oh, der nächste ist die.